Krängelbach ist schon ein schöner Platz zum Leben. Hier in Wieshof entsteht eine moderne Wohnanlage in idyllischer Lage, aber mit guter Verkehrsanbindung. Und hier könnte auch Ihr Wohntraum wahr werden. Krängelbach ist eine idyllisch gelegene, ländlich strukturierte Gemeinde im Einzugsgebiet zwischen Wels und Christkirchen mit einer sehr aufgeschlossenen und tollen Infrastruktur. Im Wohnpark Wieshof hier in Krängelbach werden die Häuser in Ziegelmassivbauweise errichtet. Errichtet werden sie von der Baufirma Führräder nach den Qualitätskriterien des Wienerberger Massivwirthauses. Die Qualitätskriterien beinhalten Fixpreis, Fixtermin und zertifizierte Ausführungsqualität. Weitere Vorteile bei der massiven Ziegelbauweise sind die hohe Wertbeständigkeit, Brandschutz und Schallschutz in größtmöglichem Ausmaß. Wir haben hier auch den optimalen Wärmeschutz und auch Kälteschutz, größtmöglichen Schutz vor sommerlicher Überhitzung, das heißt im Sommer sind keine zusätzlichen Maßnahmen für die Kühlung des Gebäudes erforderlich. Also eine ökologisch empfohlene Bauweise ist das auch. Hier haben wir natürlich das bewiesen durch den Naturbaustoff Ziegel und die Massivbauweise in Ziegel ist eine luft- und winddichte Bauweise. Wenn Sie nun auf den Geschmack gekommen sind und nähere Informationen möchten, klicken Sie sich rein ins Internet auf www.massivwerthaus.at